Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. So oder so ähnlich starten auch meine Videos auf YouTube, denn Vlogging ist natürlich beliebt wie nie. Und auch Canon möchte jetzt in dieser Nische Fuß fassen, und zwar mit der neuen Canon Powershot V10. Ich durfte schon mal einen ersten Blick auf die Kamera werfen und mir einen Eindruck machen. Nicht nur von den technischen Daten, sondern auch von den Möglichkeiten. Und ich bin tatsächlich gespannt, denn bei mir muss die V10 ja tatsächlich antreten gegen mein aktuelles iPhone, mit dem ich sehr lange schon filme. Denn es ist klein, es macht eine super Bildqualität und ich habe natürlich viele Möglichkeiten. Bietet mir das die V10 von Canon auch? Na ihr Lieben, das finden wir zusammen raus in diesem Video. Klein, leicht, handlich, immer dabei und eine gute Videoqualität. Ja, das ist doch alles, was auch ich suche, wenn ich unterwegs bin und euch mitnehmen möchte. Zum Beispiel auf meine Fotowalks, auf meine Fotoreisen. Denn wer meine Videos kennt, der weiß, seit über einem Jahr nehme ich für solche Aktionen tatsächlich nur noch mein Smartphone. Warum? Das ist ganz einfach. Eine zweite DSLR, DSLM mit auf die Reise zu nehmen, ist oft natürlich mit zusätzlichem Gewicht verbunden. Und natürlich ist es oft umständlich, sich selbst zu filmen. Der Mindestabstand ist nicht eingehalten. Du kriegst schnell mal einen lahmen Arm, wenn du dich ein bisschen länger filmen möchtest. Und da ist es doch umso einfacher, wenn man ein aktuelles Smartphone dabei hat. Ich filme ja zum Beispiel meine Videos mit dem iPhone 13 Pro und bin immer wieder begeistert, nicht nur von der Bildqualität in 4K, sondern tatsächlich auch der Bildstabilisierung und natürlich der Möglichkeit, ein externes Mikro wie ein Lavalier. In meinem Fall nutze ich ja das von DJI zu verwenden. Um das jetzt ersetzen zu können und mich vielleicht bewegen zu können, doch etwas anderes zu kaufen, da muss schon einiges daherkommen. Umso gespannter war ich natürlich jetzt auf die Canon PowerShot V10. Ihr seht es schon, sie ist nämlich handlich. Das war ja schon die erste Voraussetzung. Tatsächlich passt sie in die Handfläche und ist von den Abmaßen, Höhe mal Breite, deutlich kleiner als jedes herkömmliche Smartphone, das ihr kennt. Ja, wer so ein bisschen wie ich in den 80er Jahren als Kind groß geworden ist, in dem kommt natürlich das kleine Kind wieder hoch, spätestens wenn ich mein Display hier hochklappe und sage, Scotty, vier Leute hochbeamen. Ja, kennt ihr vielleicht noch, zumindest die ältere Generation. Ja, wir haben ein Klappdisplay nämlich hier dabei. Denn was ist es, die V10? Sie ist tatsächlich, ich würde schon sagen, eine reine Vlogging-Kamera. Aber vielleicht nicht nur eine reine Vlogging-Kamera, sondern ich denke, für den einen oder anderen dürfte sie auch im Einsatz, im Urlaub interessant sein. Wir sehen den Vorteil, die Auslegung als Vlogging-Kamera natürlich ganz, ganz deutlich. Denn zum fest verbauten Objektiv hier unten sehen wir auf der Vorderseite einen ganz groß markierten, rot umrandeten Start- und Stopp-Button. Denn wie filme ich mich selber? Ich gucke in die Kamera und dann brauche ich am Daumen den Start- und Stopp-Button. Und genau das hat Canon natürlich hier super umgesetzt. Was brauche ich noch? Ja, ich muss mich sehen. Und das kann ich, indem ich nämlich das Display, das klappbar ist, entsprechend hochklappe. Und dann kann ich mich hier selber sehen im Display. Ich weiß, wie ist mein Bild ausgerichtet. Bin ich schön in der Drittelregel? Stimmt meine Belichtung? Und dann kann ich filmen. Um Einstellungen vorzunehmen und vielleicht auch Landschaften zu filmen, kann ich das Display wieder einklappen, habe es dann auf der Rückseite. Und dann kann ich hier ganz einfach, nachdem ich meine PowerShot V10 gestartet habe, und das mache ich mal hier für euch, kann ich ganz normal hier alles mir anschauen. Und wem das Menü, ich halte es euch mal hier ein bisschen hin an die Kamera, wer aus dem Canon Hause kommt, dem wird das schnell bekannt vorkommen. Denn du fühlst dich sofort abgeholt. Du kennst es aus deiner Canon. Das Menü ist natürlich entsprechend. Aber was kann sie jetzt technisch? Sie ist tatsächlich eher zum Filmen ausgelegt. Denn wir können zwar Fotos machen, aber tatsächlich nur in der Automatik. Und tatsächlich auch nur im JPEG. Zwar in unterschiedlichen Größenstufen, aber eine RAW-Datei steht nicht zur Verfügung. Es steht allerdings die Möglichkeit zur Verfügung, meine Videodaten in unterschiedlichen Auflösungen aufzunehmen. Und da war ich tatsächlich gespannt, denn im Raum steht ja immer die Frage 4K ja, 4K nein. Ich finde, 4K sollte heute zum Standard gehören, wenn du filmst. Man sieht schon deutlich den Unterschied, wenn du in Full-HD aufnimmst und dann in 4K, selbst wenn du vielleicht ein bisschen reinkroppen möchtest ins Bild, ist 4K schon vorteilhaft. Bringt sie 4K mit? Ja, sie hat 4K. Allerdings, muss ich sagen, hätte ich mir etwas mehr Frames gewünscht. Denn 4K können wir hier nur in 30 Frames aufnehmen. Und so wie wir die Kamera starten im 4K-Modus, bekommen wir tatsächlich auch gleich einen Hinweis. Ein Hinweis, es könnte sein, dass die Kamera bei interner Hitzeentwicklung vielleicht abschaltet. Ja, das Problem ist ja irgendwie bekannt. Natürlich haben das auch andere Hersteller. Kleiner Raum, großer Sensor, große Auflösung, viel Hitzeentwicklung. Das Problem besteht tatsächlich, denn ungefähr nach 20, 30 Minuten, 4K, 30 Frames, hatte ich tatsächlich die Tatsache, dass die Kamera gesagt hat, na, vielleicht gönnst du mir mal ein kleines Päuschen. Aber im Grunde, halt aufs Herz, ihr Lieben, wer filmt denn 30 Minuten am Stück? Ich habe es jetzt natürlich immer mal ein bisschen ausgereizt an warmen Tagen, so wie heute. Wir haben ja heute 35 Grad in Deutschland. Bestes Wetter, um draußen zu filmen, um sich einen Sonnenbrand zu holen. Ja, und da hast du dann natürlich, kannst du das Problem haben, wenn du lange durchfilmst, dass du dann entsprechend durch Hitzeentwicklung, ja, eine Abschaltung der Kamera erhältst. Aber im Worst Case, das heißt im Normalbetrieb, ja, wirst du das wahrscheinlich nicht haben. Ja, denn ich spreche kaum irgendwie 20 bis 30 Minuten Videos, wenn ich unterwegs bin, durch. Das heißt, ja, du kannst mit vloggen. Sie ist klein, sie ist handlich, sie hat einen internen Akku, den du über USB-C aufladen kannst. Der Akku an sich kann nicht getauscht werden. Das heißt, interne Akkus, wie bei anderen Vlogging, Lösungen auch intern, kann aufgeladen werden. USB-C, ganz einfach über eine mitgeführte Powerbank. Was kann sie noch? Sie kann fotografieren, leider nicht im RAW-Format. Sie kann filmen in 4K. Und sie kann natürlich verschiedenste Modis einstellen. Auch das geht natürlich bei anderen Lösungen auch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich im kompletten Automatikmodus zu filmen. Das heißt, auch hier eine sehr gute Funktion, das automatische Tracking deines Gesichts. Da kommt es ja drauf an. So wie ich die Kamera einschalte und mich hier selber dann, beziehungsweise eine andere Person im Bildschirm erscheint, erscheint auch sofort ein viereckiges Kästchen und ich werde sofort getrackt. Das heißt, der Fokus liegt bei mir auf dem Gesicht. Dafür starten wir hier mal die Aufnahme, damit ihr das mal zeitgleich seht. Das heißt, ich bin jetzt hier komplett im Fokus. Und das finde ich eine sehr gute Geschichte. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich gedacht habe, dass mit der Offenblende 2.8, die die Kamera ja aufweist, etwas mehr Unschärfe, etwas mehr Bouquet entstehen würde. Ich kenne es ja schon aus anderen Lösungen. Da hast du ja auch die Vorfrage, Offenblende 2.8, tolles Bouquet, kenne ich ja von meinen Objektiven. Leider ist es natürlich nicht so. Du hast nicht den gleichen Unschärfe-Effekt wie bei einer DSLR, DSL-M beim Filmen mit einer Offenblende 2.8. Vielmehr dient die Offenblende dazu, dass du eben mit dem 1 Zoll großen Sensor auch in, sagen wir mal, etwas dürftigeren Lichtsituationen gute Bildergebnisse bekommst, ohne dass das Ganze sofort exorbitant rauscht. Und das ist ja das größte Problem bei vielen Smartphones. Die filmen gut, solange die Lichtsituationen perfekt sind. Wird das Licht ein bisschen dunkler, dann wird es ja schnell ziemlich matschig. Und das kann sie tatsächlich schon sehr gut. Der Sensor, wie gesagt, 1 Zoll groß, ist natürlich ein großer Vorteil zu den meisten Smartphones, wo der Sensor deutlich kleiner ist. Bildstabilisierung, ja, auch das ist ja wichtig. Es ist natürlich keine Action-Cam, das muss man ganz klar sagen. Wird ja auch deutlich, wenn ich sehe, 4K, 30 Frames, ja, da sind Action-Cameras natürlich ganz anders aufgestellt. Aber zum Filmen, zum Vloggen, finde ich, ist das noch okay. 60 Frames wären besser, 50 wären auch gut, wir haben aber nur 30. Wer wirklich mehr braucht, um vielleicht mal eine Zeitlupe rauszuziehen, eine Slow-Motion, dann musst du auf Full-HD umschalten. Da stehen dir zumindest 50 Frames zur Verfügung. Bildstabilisierung, ja, ganz wichtig. Du bist ja nicht immer stationär, so wie ich es jetzt bin, dass du stehst, sondern du läufst ja auch mal mit der Kamera. Du möchtest irgendwas zeigen, du möchtest einen Schwenk haben aus der Hand. Und da ist es natürlich wichtig, wenn die Kamera stabilisiert ist. Wie gut sie stabilisiert ist, denn das können wir tatsächlich einschalten, zusätzlich einschalten. Allerdings natürlich nicht durch einen mechanisch gelagerten Sender, sondern das Ganze erfolgt dann per Software. Das heißt, wir haben natürlich hier schon den ersten Nachteil, unser 4K-Ausschnitt, den wir mit dem 19mm Objektiv haben. Der wird ein bisschen kleiner. Das heißt, er wird reingekroppt. Das heißt, alles, was drumherum ist, nutzt die interne Software, um das Ganze dann auszustabilisieren. Aber wie gut ist der interne Stabilisator? Dafür hier mal ein kleines Beispiel. Und zwar zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn man läuft ohne den entsprechenden eingeschalteten internen Stabilisator. Dann gehen wir auf die mittlere Stufe und stehen nämlich zwei entsprechende Stabilisierungsstufen zur Verfügung. Dann sieht das Ganze so aus. Und zu guter Letzt schalten wir natürlich noch die maximale Stabilisierungsmöglichkeit hier ein. Und dann, finde ich, bekommen wir hier tatsächlich ein gutes Ergebnis in der Bildstabilisierung. Gerade in der Bewegung, wenn ich laufe, mich selber filme, dann sieht das doch sehr gut aus. Ja, ihr Lieben, also, wir haben ein kleines Packmaß. Wir haben 4K, wir haben Bildstabilisierung. Wir haben vielleicht nicht die Hintergrundunschärfe, wie wir sie uns vielleicht doch wünschen würden. Da habe ich auch ein bisschen auf Canon gesetzt. Und wir haben Ton. Aber wie ist der Ton in der Kamera? Dafür, ihr Lieben, mache ich sie nochmal an und zeige euch mal den internen Ton. Denn wir haben zwei Mikrofone auf der Oberseite verbaut. Und zwar bekommen wir damit natürlich Stereo-Sound. Ja, Stereo-Sound ist ja immer gut. Aber wie hört er sich an aus der Kamera? So, ihr Lieben, das werden wir mal testen, indem wir einfach mal die Aufnahme starten. Und zwar starten wir hier die Aufnahme. Wir gehen mal ein bisschen so rüber. Und dann hört ihr jetzt den internen Ton der PowerShot V10. Und ich blende euch auch mal das Bild ein, als ihr auch hier mal einen Eindruck davon habt. Ich werde jetzt permanent getrackt durch die Kamera. Das heißt, Fokus sitzt bei mir auf dem Gesicht. Und das ist jetzt tatsächlich der interne Ton aus der Kamera. Natürlich ist er nicht vergleichbar mit einem Lavalier-Mikrofon. Das muss man auch ganz klar sagen. Deshalb beenden wir jetzt mal hier die Aufnahme. Dann, wir haben ja die Möglichkeit, und das hat mich gefreut, als ich es gesehen habe, neben dem USB-C-Stecker, um das Ganze zu laden und zu verbinden, mit einem Laptop, einem HDMI-Ausgang, auch sehr gut für externe Monitore zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit, einen 3.5er-Mikro-Klink-Stecker hier zu installieren. Und damit ist natürlich nach hinten alles offen. Wir können ein Lavalier, wie ich es hier dran habe, installieren. Und dann kam schon die erste Frage nach der ersten Euphorie. Oh ja, super, Mikrofon-Eingang. Und dann habe ich die Powershot so gehalten und dachte, und wo bringe ich jetzt den Empfänger an? Kein Blitzschuh, keine entsprechende Anbringung. Ja gut, auf der Unterseite, klar. Aber da müsst ihr das ja nicht haben, denn im Worst Case möchtest du das Ganze ja vielleicht auf dem Stativ, auf dem Selfie-Stick anbringen. Tja, also wo bringe ich denn jetzt bitteschön den Empfänger an? Ja, und dann gab es die nächste positive Überraschung, muss ich sagen. Denn Canon hat diesmal wirklich mal alles richtig gemacht. Sie haben eine Kooperation, und zwar eine Kooperation mit SmallRig, ihr Lieben. Denn was ich hier habe, gibt es nicht nur als Zubehör, sondern das Ganze gibt es im sogenannten Advance-Kit. Im Advance-Kit hast du nämlich die Möglichkeit, dass du sofort dieses Case mit der Kamera geliefert bekommst. Preislich liegt die Kamera im Bereich 450 Euro mit dem entsprechenden Advance-Kit. Das heißt, ihr bekommt dieses Case, und das würde ich tatsächlich jedem empfehlen, für 480 Euro, also 50, 60, 30 Euro mehr. Und das ist es tatsächlich wert. Denn ihr bekommt natürlich nicht nur ein Case, einen Schutz drumherum um eure Kamera, sondern ihr bekommt die Möglichkeit, entsprechend verschiedenste Zubehörteile jetzt hier mit anzubringen. Und zwar seht ihr es hier schon, es sind zwei solche Blitzschuh-Adapter mit bei. Einen habe ich mal hier installiert. Ihr habt dann eine weitere Möglichkeit, etwas zu installieren. Auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, zusätzlich zum Schutz habt ihr jetzt die Möglichkeit, drei verschiedene Zubehörteile, Mikrofon, was auch immer, entsprechend zu installieren. Vielleicht auch noch ein Videolicht. Und das ist tatsächlich mal wirklich eine gute Kooperation, gut mit überlegt von Canon. Da haben sie schon wirklich dann auch jemanden ins Boot geholt, der sich tatsächlich damit auskennt. Also der Funktion, es wird nicht unbedingt viel größer, ist das super. Und Smorik hat natürlich noch einen draufgepackt. Denn in der Version haben wir hier oben nochmal zwei tote Katzen. Das Ganze magnetisch. Das heißt, auf die Mikrofone, die ja dann doch ein Problem haben, wenn es mal ein bisschen windiger wird, kann ich dann die entsprechenden toten Katzen hier, so nennt sich das Ganze ja, also zwei Windschutz-Aufsätze hier, magnetisch draufpacken. Magnetisch, ja, Idee finde ich gut. Allerdings ist mir persönlich der Magnetismus, könnte ein bisschen mehr sein. Also da hätte ich schon vielleicht, vielleicht, noch ist es nicht passiert, aber schon mal das Bedenken, ich packe es in die Tasche, ziehe es raus, boop, oh, Windschutz weg, ja, wie kann das sein? So ein Klickenmechanismus hätte ich an der Stelle tatsächlich besser gefunden. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, tatsächlich mal eine super Idee, ne? Gleich von Anfang an eine Kooperation, jemanden mit ins Boot holen, der sich damit auskennt, gleich ein vernünftiges Skates dazu und schon läuft es auch für alle Vlogger. Tja, ihr Lieben, Canon PowerShot V10. Wie gesagt, ich habe sie jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz, habe schon das ein oder andere Mal ausprobiert, konnte mir natürlich einen Eindruck machen, wie ist die Menüführung, die ist super intuitiv. Wenn du aus dem Haus in Canon kommst, fühlst du dich sofort wie zu Hause. Wie sie sich im Langzeittest schlägt, ja, ihr Lieben, das werde ich für euch herausfinden, denn ich werde sie mitnehmen nach Schottland. Wir sind ja demnächst 14 Tage in Schottland mit dem Camper unterwegs und ich werde versuchen, quasi meinen Content ausschließlich mit der Canon PowerShot V10 zu filmen. Und dann wird sich zeigen, was kann sie? Ist es wirklich der Einstieg für Canon ins Vlogger-Milieu, möchte ich schon fast sagen. Oder gibt es tatsächlich die eine oder andere Einschränkung, wo man sagt, naja, vielleicht, wo ich schon mal überrascht war, war auf jeden Fall der Dynamikumfang. Das ist ja auch eine Sache, wo ich gesagt habe, Smartphone versus Kamera. Oft hast du ja so, ja, kein CPL-Filter mit drin, kein ND-Filter mit drin, musst du zusätzlich reinpacken, damit du auf deine Belichtungszeit kommst. Auch hier hat Canon mitgedacht. Wir haben nämlich tatsächlich einen integrierten ND-Filter und zwar einen mechanischen. Also der klappt richtig rein, man hört das und damit kannst du dann an hellen Tagen entsprechend auch deine richtigen Verschlusszeiten einstellen beim Film. Da hat man tatsächlich mitgedacht, Canon. Ach, muss ja mal ein dickes Lob aussprechen an dieser Stelle. Also, erster Eindruck, erst ein paar Tage, um ein abschließendes Testergebnis rauszugeben, ist das einfach noch zu kurz. Aber erster Eindruck für den Preis 450 Euro. Ja, sagt man jetzt, das ist jetzt aber viel Geld. Wenn ich mich aber umgucke, was die Konkurrenz so macht, sind sie alle ähnlich. Ja, wenn ich auf einen Action-Cam-Markt schaue und dann habe ich tatsächlich aber keinen 1-Zoll-großen Sensor mit der Qualität und auch nicht mit den Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier habe. Ja, dann ist das schon erstmal sehr, sehr interessant. Canon PowerShot V10. Wie gesagt, Langzeittest folgt ihr Lieben. Schreibt es mir mal gerne in die Videokommentare. Wäre die PowerShot etwas für euch? Wäre das für euch eine Alternative, wo ihr sagen könntet, Mensch, da könnte man doch die zweite große Kamera zu Hause lassen. Ich kann mich filmen. Ich kann vielleicht einen netten Urlaubsfilm, ein nettes Urlaubsvideo auch für alle die daheimgebliebenen, ja, jetzt im Taschenformat anfertigen. Oder sagt ihr, naja, Canon, netter Versuch, setzen, Note gibt es später. Ja, all das, ihr Lieben, schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn euch die kleine erste Vorstellung, der PowerShot V10 gefallen hat, es gibt ein Langzeit-Review mit ganz viel Footage. Natürlich werde ich auch das eine oder andere Foto machen. Und vielleicht stellt sich auch noch das eine oder andere Problem raus. Das kann man ja tatsächlich erst nach längerem Einsatz sagen. Ja, dann lasst mir für dieses erste Video schon mal einen Daumen hoch da. Und wenn ihr natürlich das finale Review nicht verpassen wollt und ihr habt es noch nicht getan, abonniert an dieser Stelle doch gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Tatsächlich interessant, oder? Vielen Dank, ihr Lieben. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.